Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARX Tribe Wars. Heute mit dabei der Gabax. Jo, hallo Roger. Und wir starten heute den Rotlichtrandalen, dem Tribe Rotlichtrandale, ähm, einen Besuch ab. Und mit dabei ist heute der Leo Player. Hallo. Der Louis. Hallo. Der Paul. Hallo. Der Red Wax. Und der Velix. Moin. So, ja, wir gucken uns heute mal eure Base an und gucken mal, ihr seid umgezogen erst, hab ich mir sagen lassen. Ja, das ist eigentlich schon ein Weilchen her. Okay. Ja. Schauen wir doch mal. Ähm, wie gewohnt wieder Hub aus, so. Ja, legen wir los. Wo fangen wir an? Ja, da fangen wir an, wenn wir gleich da sind, am Wassergehege an. Muss man dazu sagen, ich finde das immer interessant, wie andere bauen. Äh, deswegen machen wir halt auch diese Videos für die Leute, die sich jetzt fragen, äh, gar keine Action, äh. Aber ich finde es halt auch mal interessant zu gucken, wie andere bauen. Vielleicht, äh, kann man sich ja was abgucken. So, hier vorne sind jetzt, ähm, ja, so ein paar Haie, ähm, Anglerfisch. Den grünen Fisch kenn ich noch gar nicht. Den Anglerfisch kennst du nicht? Nee. Und, äh. Wo war ist denn das da? Delfin. Ist das die Baywatch, oder was? Ah, das ist Blitz hier auf Flash. Lol. Das ist eben so hier vorne, die kleinen Viecher, ähm, und hinten haben wir dann noch ein Pläsio und ein Mosasaurus. Zeigen. Ich sehe hier nur Haie. Haie und eben diesen einen Delfin und, ähm, den Anglerfisch. Wo war man bei dahinter? Ich bin schneller. Das ist aber schön gemacht, direkt hier mitten aufs Wasser. Ja, finde ich auch gut. Oh, ich schneide es. Dieses rosa Vieh, ähm, da drüben auf dem Luis gerade sitzt, äh, du sitzt jetzt zum, ähm, der Pläsio. Und da hinten ist der Mosasaurus. Der rote hier? Ja. Ja. Okay. Habt ihr auch schon gute Sammlungen? Zumindest das Notwendigste. Wassertiere haben wir eigentlich von allem eins. Ja, reicht auch. Vernünftig, anständig läuft der Server wenigstens dank euch ein bisschen besser. Ja, gut, das ist, wenn wir dann unsere andere Tiere angucken. Ja, ich sehe schon da im Hintergrund, okay, das sehen wir ja gleich. Ja. Da geht schon die Framerate runter. Gut, das war jetzt im Prinzip unser Wasser gegen die Hut. Da steht noch so ein kleines Floß, ähm, das ist jetzt nicht so wirklich spektakulär. Da kann man hier noch langlaufen, da ist jetzt nur der Kopf vom Pläsio im Weg. Okay, da musst du warten, bis wir nach unten. Was ist das hier? Wow, bla. Das ist ein Floß. Au, au. Das tut weh. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, du musst, ähm, knapp da hinten schwimmen, wo der Pläsio ist und dann kommst du, ähm... Hier vorne ist doch eine Rampe, oder? Achso, ja, oder du gehst auf das Boot. Das ist so ein Boot, ähm, das haben wir als Transportteil mal benutzt, ähm... Hä? Ja, ist eigentlich ziemlich unüberflüssig. Ach, lol, okay, ja, ich sehe es. Bitte. Alter. Naja. Kann man ja auch mal machen, ne? Ich habe das schon mal, ich habe das bei diesem einen, äh, Dings schon festgestellt. Bei dem einen Rainbow Six Video, was noch kommt. Irgendwie ist meine Maus schneller. Das fällt mir gerade wieder auf. Irgendwie musste meine Maus sich verstellt haben. Die ist so sensibel. Vielleicht hast du Geschwindigkeitsprofil drin, was du gestellt hast. Irgendwie sowas, ja. Ich habe ja auch die Knöpfe da getestet, als wir auf dem Beam-Server waren. Mit diesem 11 Mal klicken mit einmal. So, ja. Hier kommen wir dann jetzt in das Zielgehege. Ähm, ja, dann fangen wir auch am besten hier vorne an. Da sind unsere Spinos. Da haben wir wieder die FPS-Fresser, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die sehen sich alle ähnlich. Vor allem gleich mehrere Eier hinterher. Ja, da sind sehr viele ausgebrütet, ähm, und weshalb die eigentlich alle ähnlich sehen. Wir hatten mal mehr, nur da sind ein paar bei einem, äh, ja, äh, Raid draufgegangen. Ähm. Ja, und deshalb haben wir viele ausgebrütet und die sehen sich, ja, doch sehr, sehr ähnlich. Also alles Inzest-Kinder, oder was? Ja. Okay. Habt ihr die alle auf, äh, neutral, auf passiv, auf was habt ihr die? Ich glaube, im Gehege stehen die Spinos eigentlich auf passiv, ja. Wollen wir es mal testen? Nein. Auf eigene Gefahr. Und warum ist hier so ein kleiner... Können wir auf passiv. Warum ist hier so ein, äh, kleines Dinochen in, ähm... Das ist der Oviraptor, der, ähm, beschleunigt eben die Eierproduktion, also der strömt angeblich irgend so ein Pheromon aus, dass die Dinos besser Eier legen. Und, ähm, weil er da auf Wandern gestellt sein muss, ähm, und wir keine Lust haben, dass er die ganze Zeit durch das Gehege rennt, ähm, haben wir einfach so Käfige gebaut, die da eingesperrt, und dann, ähm, haben sie die wirklich eben auf die Dinos. Das Mannsinn. Und können nicht wegrennen. Ganz schön, äh, böse. Raffiniert. Das ist hier wie so, ja, raffiniert, aber auch böse. Das ist hier wie diese, äh, genau, diese Hühner, die so in diesen Käfigen... Ja, aber manchmal dürft ihr sie auch frei rumrennen. Okay. Sie haben auch manchmal Ausgang. So jeden Sonntag. Naja, wer ist er hier? Einmal im Boden. Ach, so das sind... Kala Kolumna. Ne, wie heißt die? Kala Kolumne. Mit einem Liederhelden. Die rennen hier, äh, die rennen hier eigentlich nur rum, weil sie fallbar sammeln. Okay. So, was haben wir hier oben? Das ist die Skelett-Armee. So, haben wir hier so ein paar Raptoren. Okay. Ach, nur da, um Eier zu legen. Ja. Ja. Sie sind pur da, um Eier zu. Okay. Also, die Skorpione, äh, die Gürteltiere und die Skorpione. Da habt ihr ja auch nicht wenig Skorpione, wa? Ne, ähm, da hat einer Spaß dran, die zu tamen. Okay. Produzt ihr die dann für die Höhlen, oder was? Äh, ne, die waren da, weil wir, als wir viele Rexe getamt haben, weil ja die Rex-Kibbel ist gut. Äh, weil die Rex-Kibbel, ähm... Also, die Rex braucht ja, ähm, äh, Skorpione-Eier. Genau. Hier ist aber noch ein, äh, Käfig leer, hier fehlt noch ein Oviraptor. Oh, dann ist der immer wieder ausgebrochen. Ja, das passiert alles mal. Mögen den Käfig anscheinend nicht so, deshalb rückset er manchmal aus. Aber die Idee finde ich cool, hab ich noch nicht gesehen bis jetzt. Ja, also das war für uns so eigentlich der Hauptsinn von diesem Käfig, weil der Oviraptor da am besten reinpasst. Komisch, unsere stecken da immer nur sich gegenseitig rein. Gut, dann haben wir hier eben, ähm, zwei Giganotos. Ähm, der eine ist aber noch, ähm, nicht ganz fertig, also der ist noch Adolescence. Der ist aber kurz vor der... Boah, leck. Der ist kurz vor der fertigstehende. Der ist aber genauso groß. Ja, der ist, also der ist, dem fehlt bei beiden noch ein Zentimeter vielleicht. Okay. Ähm, ja, dann sind hier jetzt unsere Rexe. Haha, der Lila sieht lustig aus. Lol. Sieht aus wie so ein Milka-Rex, den müsst ihr noch ein paar helle Flecken malen. Oh, jetzt liegt es kurz. Ja, ich glaube, es hat gespeichert. Ah, viele Rex schon wieder. Wieder, ja, jetzt hat's... Ja, die haben eben... Ida's Freifert hat so viele Rex, ey. Die haben wir jetzt so, ähm, platziert, dass eben die, die wirklich benutzt werden, stehen vorne und die, die eigentlich keiner braucht, stehen mehr so hinten. Jetzt will ich da mal kurz gucken. Achso, ihr seid ja schon auf dem Wasser, ja? Ja, wir sind über dem Wasser. Weil ihr mich wundert, dass ihr hier ne, äh, gerade Fläche findet, die so weit ist. Oh. Hier war der Boden zu hinten. Oh nein, wo komm ich denn jetzt wieder raus? Sind die zwei Rampen? Ah, einmal durchschwimmen, glaub ich. Ach, hier schwimmt der Ovi Raptor rum, ne? Ja, da ist der Ovi Raptor auch. Ah, hier ist auch kein Ovi Raptor mehr dran in dem Käfig. Der schwimmt hier gerade. Ne, mich wundert's also, dass ihr nämlich, äh, eine gerade Fläche gefunden habt, die wirklich so groß gerade ist. Ja, ne, wir haben das alles mit Pillars gebaut, das konnte man recht gut ausgleichen. Ja. Gute Idee. Ja, das war halt vorher so ein riesen Mischmasch und man konnte mit den Rexen quasi nie reiten, weil die andauernd sind dann da rum, äh, festgesteckten, wenn ich rauskriege. Was ist denn der Ovi Raptor? Ja, der schwimmt hier am Rand. Okay. So. Hier Prontos. Ja. Ähm, nebendran stehen dann die Prontos. Hat sowas ein bisschen so von diesen, äh, so ne Borg, ach Quatsch, hier so ne, runden Säulen hier so ne, wo du drunter langläufst. Ja, da haben wir eben auch vier Stück, der eine, ähm, kann ich mal zeigen, der hat da oben, äh, gut, wenn's von hier unten schlecht, der hat da oben zwei Balliste drauf. Habt ihr den gerade gemalt? Den angemalt. Ne, der ist angemalt, nicht gerade. Ja, das lädt manchmal ein bisschen. Ah, okay. Sieht aber cool aus. Hat was. Finde ich cool irgendwie, hat was. Ah, der Disco-Spino, nein, Dino. Ja, für ihn. Ähm, ja, dann sind hier diese, ähm, ich weiß gerade, wie heißen die eigentlich. Sarkoos. Ja, ne, das sind die Krokodile und dann sind hier noch Mammuts und, äh, diese Giraffenviecher. Äh, weil mir fehlt gerade keine Ahnung, mir fällt gerade nicht der Name ein. Was für Giraffenviechers? Ach hier, du meinst hier diese paar Zeretorium-Dinger. Ja, irgendwas. Die Kuh. Da hab ich jetzt, wie oft ich immer Antworten, äh, in Kommentaren kriege über die Kuh, weil ich die immer Kuh nenne. Wie hat der eine gesagt? Ich nenne die immer Björn, die sehen aus wie Björn. Kann mal kurz gucken, was heißt. Ja, Björn ist ja. Fand ich lustig, den Kommentar. Bestimmt, hast du einen Kumpel, der dem ähnlich sieht. Der Björn heißt. So, weiter geht's. Das ist so eine kleine Sarko-Armee. Äh, ja. Oh, das müssen wir auch noch zeigen, Gabax, bei uns. Das war in der nächsten Folge. Wir haben nämlich einen, äh, Sarko auf Drogen. Haben die Jungs sich wieder mal einen Scherz erlaubt, aber das zeigen wir dann in der nächsten. Das hab ich auch noch nicht gesehen, ja. Guter Hint mit den Schwänzen ist das so gefährlich. Da kommt man schlecht raus. Da, wo du gerade stehst, Gabax. Ja, ich merk's. So Richtung Wasser. Ah, ja. Du musst einmal durchs Wasser durch. Ah! Ja, ich hab's ja auch, äh, schön ge... Ja, ich find das aber, äh, sehr vorbildlich. Tätig, häng hier fest. Was haben wir denn hier? Ja, was hab ich denn hier entdeckt? Achso, das ist nur ein Pillar. Äh, ne von Drogen. Nur eine von Drogen, die stand im, um was anderes. Das sieht im Wasser aus, als wär's ein kleines Säuschen. Was ich sehr vorbildlich finde, dass ihr die schön geordnet habt. Ich mag sowas auch, wenn es geordnet ist und nicht durcheinander rumsteht. Ja, wir versuchen eigentlich, diese Ordnung da meistens einzuhalten. Ähm, ja. Ihr habt ja wieder so ein Milka-Pinguin. Alles aus Milka hier. Ähm, ja, dann haben wir da eben so, hier so die kleinen Viecher, Dodos und so Kram. Habt ihr aber auch, finde ich, wenig Eier hier? Liegen überall Eier rum? Ne, ja, da kommen wir mit Sammeln nicht hinterher. Ich glaube, wir haben irgendwo 200 Dodo-Eier rumfliegen. Irgendwann braucht man die dann auch nicht mehr. An alle anderen Schweiz, wenn ihr Eier braucht, rated die. Genau, könntest probieren. Ähm, gut. Hier hat er auch gemalt. Ach, Homer Simpson. Oh, eine Spinne. Ja. Ist doch Homer, oder? Äh, ich glaube ja. Wer hat den angemalt? Tatsächlich, ja. Ich glaube, das war Sergeant. Oder Dökle, kann auch sein. Habt ihr aber ganz schön schlampig gemacht. Ja, das war das Problem, als die dieses Fell gekriegt haben. Ah, okay. Ich weiß nicht, es war ja vorher irgendwas, was man runterladen konnte, und es hat sich da nicht richtig übertragen. Okay. Gut, dann haben wir jetzt hier unsere Säbelzahntiger und die Wölfe in so kleinen Boxen. Ja, sieht auch cool aus. Überall da stehen noch die Kanos. So, dürfen wir jetzt endlich in eure Base? Ja, wir haben noch mehr Auge. Oh, jetzt, wir haben noch mehr Auge jetzt. Also, ein Vogelhaus, Thanos noch. Ein Vogelhaus. Ein Vogelhaus. Ah, guck mal, da oben gucken die schon. Alter, wie viele Quatzel habt ihr denn? Äh, es sind, ich glaube nur fünf. Ne, weil es sind... Nur fünf. Ja. Nur. Dinotopia hat zehn oder so. Was? Oder das ist so rück... Oh, jetzt hat's aber. Ich war schon im Gehege. Ich auch. Im Vogelhaus. So, wasser Alter. Aber das sieht richtig gut aus, finde ich, hier. Mit den... Das sind wie so Hangartore. Ja, Finn. Hier unten sind eben die Agentarwässe. Ähm, ja, ins Oben drüber sind dann die... Bitte ran und dann sind ganz oben sind die Quetzel. Ey, wie viele Vögel ihr habt, ey. Alter, Schäme. Ich glaube, wir müssten mal so Dino-Limit einhören. Ach, Finn. Wir haben das ja erst aufgehoben. Alter. Fallen. Verarschen. Ist klar, Alter, wie viele... Fallen. War das nicht Leo Player, der uns erst noch einen Petri abkaufen wollte? Ja, wir haben halt so... Ja, aber weniger, ne? Du Typ, du fragst ja auf dem Server nach Petris rum und ihr habt ja keine Ahnung, 20 Stück stehen, wenn du überhaupt noch mehr... Ja, es sterben halt auch ein paar Privaten, ne? Ja, aber ihr habt doch genug. Ey, wer hat mich da jetzt weggeschubst? Du bist... Du bist... Du bist da nebengesprungen. Aber ich vorher abgeklitscht bin. Ja, das ist das Flug, danke für die großen... Ach, komm, ey. Wieder so ein Scheiß... Ah, fuck. Jetzt geht's ganz runter. Komplett runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja. Habt ihr auch angemalt hier? Ähm, ja, das eine ist angemalt, glaube ich. Ne, zwei sind angemalt. Ah, ne, ja, schon zwei. Was ist denn mit dem hier? Äh, ja, das macht das, als man das hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen bekloppt. Das ist, wenn man absteigt. Na, der sieht ja hässlich aus. Alles Geschmack, Sache. Sieht so ein bisschen aus wie Phönix, aus der Asche. Quetzel-Armee hier. Ja. Ja, das war eben das. Und dann könnten wir jetzt eigentlich mit der Base anfangen. Mehr haben wir nicht. Okay. Mehr haben wir nicht, reicht doch. So, wo müssen wir denn hin? Ja, einfach runter sprengen. Oh, da ist ja Wasser, das macht ja nichts. Das wird nebelig, das passt ja. Einmal hier hochgehen. Wie mit der Herr? Die mit dem Affen auf der Schulter? Ja, genau. Ja, mit der Fackel. Das hat da, sagt ja eigentlich die Serverzeit. Oh, 16 noch was. Boah. Ja, das war das Tor, wa? Wie der Blick immer automatisch, wenn das Standbild ist, auf die FPS-Zahl wandert und einfach ein 1 steht. Ach, hier läuft es jetzt wieder ein bisschen flüssiger. Bei der ersten Verteidigungsgehege wurde es noch das Tor offen. Sehr sicher auf jeden Fall. Ziemlich viel freie Fläche habt ihr hier. Ja, wir hatten da auch mal was gebaut, das wurde aber dann, als wir angegriffen wurden, zerstört und so. Wir haben uns dann entschlossen, alles in den letzten Ring zu verlagern. Außer diesem Monster eben. Das ist jetzt so ein Verteidigungs-Turm, oder was? Ja. Ah ja, komm, hier kannst du auch mal Hops machen. Ja klar, das ist noch nicht fertig. Mit Tetsch-Wendt. Das ist die neueste Baustelle. Achso, da kommt nochmal so eine Wand drumherum, oder was? Ja, genau. Der ist noch im Bau. Jetzt komm ich natürlich nicht mehr raus. Okay, hier weiß ich schon mal, ob ich zu viel legen muss. Das ist gut. Nein. So, darf man da rein, oder? Ja, da kann ich ruhig fahren gehen. Da ist noch nicht viel drin, weil das Teil eben noch in der Bauphase ist. Das ist jetzt auch relativ unspektakulär. Ja, da geht's einfach nur hoch und dann ist da oben... Wir nehmen die Klappe auf, Generator. Oh, hier ist es offen vor allem, und ich will über den Zaun springen. Hier. Liebe Mitspieler, wir zeigen euch jetzt mal, wo ihr den... Turm, die Schwachstelle des Turms. Genau, wo ihr den Generator findet. Na, komm. Ja, nee, den Generator zeigen wir nicht. Also, das ist jetzt der dritte Stock hier. Ich höre ihn schon, warte, ja, ja. Ja, 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 vierter, na komm. Wir müssen ja immer so ein bisschen ausspionieren hier. Liebe Quizplay-Bande. So, vierter. Notiert ist es... Also vierter nicht, fünfter. Nee, nee. Ja, also im fünften. Gut. Ja, hier links war man schon. Da. Das ist bestimmt hier inzwischen. So, was haben wir hier noch? Oh, jetzt Panorama-Aussicht. Also, von hier sieht man halt, ja, wenn die mit Vögeln oder so kommen, aber, ja. Vielleicht kommst du noch höher. Ähm. Ja, das geht noch höher, warte, ähm. Ah, gut, Auto-Turals. Mit dem Turm haben wir vorgestern angefangen, oder? Ähm. Hey, da geht's nicht hoch. Weiß nicht. Geht eigentlich. Man muss nur aufpassen, dass es nicht gleich runterfällt. Ja. Ja, da fehlt noch... Ja, wie gesagt, ist noch eine Baustelle, da fehlt noch ein bisschen was. Da oben sind... Was ist denn das denn hier? Das sieht aus, als ob da... Jetzt bin ich wieder unten und war das jetzt ein Leck. Ja, das... Nee. Oder? Das sieht ja aus, als ob das Holzpiller sind, wo Metallpiller drin sind. Ja, ja, wir haben das Ding ursprünglich, ähm, aus Sedge gebaut, ähm, um zu gucken, wie es aussieht. Und, ähm, die Holzpiller sind da jetzt noch irgendwie da drin und... Aber die Metallpiller sind auch da, ich weiß nicht. Doppelt. Ist das denn jetzt stabil, oder was? Ja, aber... Doppelt. Doppelt. Müssen wir uns jetzt ja auch nicht jeden Torm einzeln angucken. Okay, der eine reicht, denke ich. Ja. Soll ich sagen, runter. Ja. Wenn wir entweder runterlaufen, ähm... Runterspringen. Ja. Ihr müsst natürlich laufen, aber... Oder auch nicht. Ja, okay. 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 Schließlich direkt auf der Klippe haben wir immer das Meer. Genau. Ja, genau, das Meer, die Meerluft und so, genau. So, das ist dann, ähm, noch ein Verteidigungsweil. Habt ihr was drauf gemalt, oder ist die weiß? Nee, da ist eigentlich was drauf gemalt, das haben... Ja, hat jemand gemacht, der nicht mehr da ist. Aber ich seh's nicht, schade. Vielleicht lädt das noch... Doch jetzt. Fuck off. Ach, jetzt. Das hat jemand drauf gemalt, der nicht mehr da ist. Sehr gut. Ja. Finde ich super. Weiß ich, warum der nicht mehr da ist. Ja. So. Okay. Ja, da gibt's jetzt wenig zu zeigen. Rein in die gute Stube. Hier hoch. Ist aber hier noch schönes. Ja, das ist eben... Da kann man sich da noch drauf und sich da verteidigen, falls man... Oh, hier steht schon eine Wachmänner. ...feind bis hier vorgedrungen sein sollte. Falls der Feind? Na, warte mal ab. Mit ganz Sicherheit. Gebt uns zwei Wochen und dann... ...hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Hier steht die Security, steht hier auch schon. Ja. Eiskalt, muhaha. Oh, das ist richtig. Flachwitz. Oh ja, hier auch. Ja, das ist jetzt unser sechstes Quatzel. Das ist aber noch nicht ganz ausgewachsen. Hier ist unsere Brutstation, das Gebäude da. Okay. Ja, da können wir eigentlich auch mal reingehen. Habt ihr nicht gerade... Ihr habt doch gerade gesagt, bevor wir angefangen haben mit aufnehmen, habt ihr jetzt Nachwuchs? Ja, ich glaube, wir haben Baby-Agentavis im Moment. Guck mal ganz kurz. Auch hier habt ihr schön benutzt, ja. Also hier steht nur noch... Schwarzes Brett, okay. Verteilt ihr hier auch Aufgaben, ja, am schwarzen Brett? Äh, ja, nee, das ist primär dafür gedacht, dass keiner irgendwelche Eier von jemandem ausblüten. Dass da einer, dass, was weiß ich, wenn es einer ein gewisses Ei hat, dass er dann da draufschreibt, ähm, dass man es bitte nicht ausblüten soll. Okay. Ihr habt ja noch eure Weihnachtsgeschenke hängen. Ja. Ähm, dann ist hier eben ein kleiner Tisch, ähm, war und da hinten sind dann... Wen schleifst du da jetzt mit? Den geh mal weg. Äh, da haben wir dann Baby-Rex und ein Baby-Agentavis. Ganz unauffällig. Ist doch nicht süß. Ja, hier schnell wegschleifen, heimliche Affäre, damit man es bei YouTube nicht sieht. Der Baby-Rex ist schon niedlich. Naja. Und Agentavis, ey, den sieht man ja überhaupt, nee. Ja, der ist sehr, sehr klein. Alter. Was ist das für ein Level? Sieht man das? 170. 170, ja. Nimm mal deine Fresse aus dem Brauchster. Oh, was sehe ich. Jetzt hast du das Gesicht genau drin. Oh, tatsächlich. Gut, dann haben wir dann eben die ganzen, ähm, äh, wie heißen das? Klimaanlagen. Ja. Weil die Eier ja eine gewisse Temperatur brauchen. Jetzt darfst du den schön bei Hand füttern, oder was? Ja, den muss einer von Hand füttern. Ich weiß gar nicht, wer hat den jetzt ausgebrütet. Der kümmert sich eigentlich drum. Nee, der ist gerade umgefallen, oder? Nichts, du, Redrex ist noch da, oder? Ich will gerade Fleisch extra. Ah, der holt Fleisch. Also aufpassen, die kippt noch auch schnell um, oder? Geht. Äh, der Rex hat extra zu essen, der steht gleich, also. Äh, ja. Äh, von, ähm, vom Lofen. Ja, die sind alle leer, die Kühlschränke, glaube ich. Okay, dann. Ach, ja, hier sind Kühlschränke drin, oder? Ja. Ja, gib dem mal was zu fressen. Ich glaube, die sind größtenteils leer. Ähm. Immer wenn ich hier vorkomme. Ach, der hängt da unten. Jo, was habt ihr denn noch? Ähm, ja, da oben drüber gibt's noch einen reingesperrt. Immer wenn ich hier vorkomme, ist ja lustig. Ich hab das jetzt dreimal getestet, das hat dreimal geleckt, wenn ich von da hinten nach hier vorne laufe. Ja, wahrscheinlich, weil's, äh, die Hälfte der Map ist. War so ein extra Stück. Gibt's denn hier oben noch? Ja, das ist relativ unspektakulär. Ähm. Ihr habt ja die hier hochgekriegt. Ah, wir haben die eingebaut. Ah. Äh, lasst mich da nie hoch, macht mal die Bude wieder auf da oben. Also, wir haben, als das eine Baustelle war, die oben reingesperrt und seitdem müssen sie jetzt drin bleiben. Ähm. Ah, das sind die Kackmaschinen. Genau. Für die Düngeproduktion, da sind eben, ähm, Pflanzen. Die kriegen wir aber wieder raus, ne? Und das ist Absicht, dass hier Tetsch liegt, oder was? Äh, ja, das, ähm, gab ein Problem bei einem, ich glaub, ein Spino, der ging nicht mehr raus. Dann mussten wir das da abreißen. Nein, das ist einfach das Stroh, was die Viecher fressen, so. Ah, ach so. Ja, klar. Ehrlich. So hätte ich das jetzt ausgelegt, sieht doch cool aus. Da hat es jetzt auch nicht... Haben wir das einfach gelassen. Ähm, gut, oben drüber sind jetzt Zimmer. Ähm, da gehen wir jetzt nicht hin. Wir fangen jetzt mal an im richtigen Haus. Okay, alle, die wäden wollen, an den Kühen vorbei nach oben. Ah, ich komm hier nicht durch. Ich komm auch gerade nicht mehr runter. Ja, das sind immer nur die Zimmer von dem Neuen, also da ist noch nichts so spektakuläres drin. Wir mussten nämlich anlaunen. Da wäre nicht so viele Zimmer. Ein Kompi. Okay. Oh, ich hab aber ganz schön räumlich. Ja. Ähm, das hier ist eben so die Hauptbase. Und nicht der Haupteingang, ne? Guck mal, die wollen auch Schach spielen, Gabax. Ja, sehr schön. Oder hier dieses, äh, dieses... Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Genau, der Haupteingang ist eben hier. Komm mal von vorne rein. Auch mit den netten Fackeln hier draußen. Dann hast du hier oben zwar ein paar Fenster, wo Leute runterschießen können, aber trotzdem. So. Ja, ähm... Kommt man hier leicht rein. So, wenn man will. Wenn man will. Und keine Gegenwehr hat dann schon, aber... Ja, normalerweise ist es ja auch noch ein bisschen anders gesichert, aber... Das haben wir jetzt mal abgebaut. Natürlich. Ähm, hier unten drin ist eigentlich relativ unspektakulär. Nur, da ist gar nichts mehr drin mittlerweile. Das war mal eine Werkstatt, aber da ist jetzt... Okay, also grüner Raum ist unwichtig. Schon mal merken. Ach, hier, die Farben haben wir schon auch was. Hier ist eine rote Tür noch. Ja, hier liegt schon wieder eine. Das ist jetzt hier unten eigentlich relativ uninteressant. Da gibt es nur so ein paar Mörser und so ein bisschen... Ach, nur da. Da abgeschlossen, hier. Ja. Hier sind noch ein paar Türen offen. Hier habt ihr ein paar Schlupflöcher gelassen. Ich sehe hier alles. Wo bist du gerade? Penta? Ach so, ja. Da wollten wir eh noch hinkommen. Ja, ja, ja. Louis. Hier bei dem Louis. Da muss ich rein. Ja, genau. Ein Stockwerk oben drüber ist dann eben unsere Küche. War jetzt auch relativ unspektakulär. Ich weiß nicht, wo seid ihr denn jetzt alle? Ah, da kommt. Oben zwei. Wie weit oben? Ah, hier. Ich bin beim Dilo und Frosch. Ja gut, dann können wir noch mal eins runter. Okay, was haben wir denn hier schönes? Das ist eben die Küche. Küche. Okay. Wo ist denn hier eine Küche? Ein Stockwerk unten drunter müsstest du in die Küche. Da bin ich. Oh, Flur. Da, hier haben wir auch ein Bild. Lädt da noch was? Ist da was gemalt? Ich glaube, auf dem einen Bild hat irgendwer was gemalt. Ja, da ist was drauf. Schlachtplan. Nee, da ist... Es blendet voll. Ah. Ich sehe ein Exel. Weiß. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Da steht wahrscheinlich, Chris und Gabak sind doof. Genau. Und wir sehen es nicht. Lädt das auch nicht. Oh, cooles Bild. Also, jetzt ist es geladen. Ah, die rote Tür ist die Küche, okay. Ja. Mit transparenter Schrift gemalt. Ganz einfach. Ja, so Neon. Das sind eben so Kühlschränke, das zu essen drin. Dann haben wir hier den Industrial Cooker, den Industrial Cooking Pot und diesen ganzen Kram. Äh, ja. Nicht mal abgeschlossen. Guck mal, hier werden Schicke. Da muss er mal einen Test machen, ja? Ich habe natürlich nichts draus genommen. Nein. Nein. Ich hatte den da getraut. Ich hatte den gar nicht getraut. So findet man Sachen wieder. Guck mal, hier haben wir den Schlachtplan. Nee, der hing im Babyhaus. Ach, der Schlachtplan hing im Babyhaus? Ja. Dann muss ich ja nochmal zurückspulen. Damit die Babys schon mal von klein auf drauf getrimmt werden. Ja, richtig. Nee, wir hatten da einfach Platz für einen Tisch und einen Plan. Und dann haben wir das da hingebaut. So, ähm. Hier geht's noch höher. Hier geht's noch höher, genau. Guck mal, da. Wasch. Das sind jetzt die Etagen mit den meisten Zimmern. Okay. Da, ja, hier. Guck mal. Was soll denn jetzt da hin? Guck mal, hier muss ich rein. Hier, bei dem Louis. Oh, hier. Ich sehe. Ey, nö. Ey, nö. Da, Louis. Also, hier hinten ist dann der Anbau. Ja, da ist der Anbau. Da sind noch ein paar Zimmer. Das ist jetzt... Oh, der ist das. Die kriegen woher das Stein hier. Ja, genau. Die müssen sich erst beweisen. Genau. Wie haben wir denn hier so? Ja. Night Layer. Red Rex. Ach, Red Rex muss sich noch beweisen, ja. Guck mal, hier haben sie eine Lichterkette aufgehangen. Okay. Also, ja, hier ist ein Zimmer von mir und noch einem anderen. Wo der PC gerade kaputt ist, ja. Okay. Ja, genau. Ähm. Ja, es ist jetzt halt nur Zimmer. Das ist jetzt nicht so interessant. Oh, leck. Ja. Ich klatsche auf einmal gegen die Wand. Ähm, gut, da kommen wir jetzt eigentlich... Äh, ja, dann können wir noch die Werkstatt zeigen. Wo denn, was denn, wer denn? Das Lager zeigen wir mit Absicht nicht, aber es ist auch okay. Äh, durchs Lager müssen wir ja kurz... Ne, müssen wir nicht. Ja, das Lager muss ja irgendwo hier sein. So, was haben wir hier schönes? Und da dürft es rüber in die Werkstatt gehen, hoffe ich jetzt mal. Und ich hoffe, dass die andere es für zu ist. Aber wie werden wir jetzt... Das denn hier? Komm mal, springen! Ja. Ja, das ist das Problem, da ist ein Fahrstuhl. Der Baktor muss man sich gucken. Okay, jetzt ist der Atomreaktor, ja. Ja, das ist eben die Werkstatt. Atomreaktor. Von Fallout. Ja, da ist dann eben all der Kram, den man braucht. Ja. Bein mich hoch, Scotty! Ey, lass mich mit drauf. Oh, jetzt hat er angehalten. Ja, Gabax hängt mit dem Kopf in der Wand. Kann ich überladen, ist er noch nicht. Kann er überhaupt... Geht der überhaupt hoch, wenn er die Hälfte Wand am Weg ist? Ja, das juckt nicht eigentlich, ey. Aber wenn man hier steht, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ist er überladen? Nee, er hat noch... Ja, es sollte vielleicht nur einer drücken. Das geht, glaube ich, nicht, wenn du da... Doch, doch, das geht, wenn man in der Wand steht, ist egal. Also, dann drück ich jetzt mal hoch und keiner... Ja, nur Paul. Äh? Oh, das ist immer irgendjemand anderes. Vorführeffekt, noch einmal. Ah, jetzt geht's. Ja, weil immer irgendjemand dagegen drückt. So, dann, ähm... Ja, gut, hier steht es doof, hier steht genau an den Türen. Hahaha. So, so. Na, wir mussten eben leider zwei bauen, weil... Das von der Höhe hätte ich gepasst hat mit einer. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Ah, macht die doch mal auf und zu. Ja. Das ist wie bei so einem Pferd. Die haben auch immer so eine doppelten... Ja. Mit seinen Kopfkommens. Ja. Das ist dann das Dach unseres, ähm, unseres Gebäudes. Das nochmal, Hulk. Ihr habt auch einen Hulk. Ja. Tatsächlich. Ähm... Da kann man eben die ganzen Tiere ausladen, wenn man vom Farm kommt. Oh. Ah, guck, ja. Wir haben alles ausgemacht. Alles. Ja. Alles. Also, hier kann man ja gut reinfliegen. Ja, hier kann man theoretisch reinfliegen, aber da sind halt eben noch... Ja, C4 und, äh, so, Regeln. Ja, da kriegt man so 200 Metall. Was haben wir noch so schönes? Hier ist nichts drin. Kommen wir da auch wieder hoch, wenn ich jetzt runterfalle? Ja, da gibt es die Tür. Ja, die Tür. Ihr habt ja noch 200 Metall hier drin, falls ihr das schon vergessen habt. Ja, aber zu viel von. Ja, nimm mit. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Tour hast du es gefunden? So, ja. Ich hoffe, ihr habt dich nicht mal getroffen, es kommt schon Angriffsmusik. Hey, Chris, jetzt weißt du wenigstens, wo wir hier reinkommen, ne? Ja, genau. Tür, C4. Da müsst ihr dann erstmal am Hike bei, ne? Bitte was? Ach, Halk. Da müsst ihr dann erstmal am Hike vorbei. Halk und ich sind jetzt Kumpels, der kriegt jetzt... Wie schnell der ist. Da musst du erstmal am Hike vorbei, der ist auf passiv. Ja, verliert das halt. Okay. Ja. Aber sonst noch irgendwas zu zeigen? Oh, nein, 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 nein. Nein. Hey, Digi, mach mal ganz ruhig hier. Irgendwie hat das jetzt auch schon ein Trophäisches. Leg dich nur mit Gott an, muhaha. So, jetzt. Ähm. Ja, was gibt's sonst noch? Das war dann eigentlich alles. Okay. Oh, leck, leck, leck. Ja, würde ich sagen, war ja eh eine Überfolge, ne? Ja, ist schon wieder Überlänge. Ich muss aber sagen, hier fehlt noch eine Trophäe. Trophäe? Wo? Wo? Hier drin. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Leck. Die Brutmutter. Ach so. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Stimmt. Ja, nee, da haben wir aber oben. Wenn wir nochmal aufs Dach fahren. Der geht doch wieder nicht. Der schlagt hier vorne. Ich dachte, der geht schon. Ja, toll, ohne mich. Ich war jetzt alleine oben. Äh, ah. Übergesprochen. Kann man als feindlicher Dings auch drücken, ja? Weiß es nicht, geht's? Ich hab perfekt, ja. Äh, man kann pin-coten. Ja, okay. Das könnte man pin-coten, aber... Ja. Wo ist er? So, also hier. Ist die Brutmutterfahne. Nee, nicht die Fahne, den Kopf. Nee, den Kopf haben wir leider nicht. Das gab's damals noch nie. Ach, komm, hör auf jetzt. Du musst ja abtrennen. Genau. Kaputsch, nein. Und da drüben sehen wir Kano Island. Für die Leute, die wieder fragen, wo es ist, gegenüber von Kano Island. Fragen ja immer, wo der Spot ist. Genau, also wir sind eigentlich ziemlich in der Nähe von Eyebrot Warbears. Guck mal, das sieht gerade aus, als wäre der Himmel und das Wasser eins. Also wäre das Wasser Himmel und so. Fliegende Insel und so. Weltall und so. Ja. Dö, 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 dö. Ja, ich würde sagen, das reicht auch. Wie gesagt, schon wieder Überlängen-Folge. Und ja, dann vielen Dank fürs Zeigen und ja, hübsche Base auf jeden Fall. Ein paar Sachen, die ich noch nicht gesehen habe, wieder mal gesehen. Und ja, dann vielen Dank für die Führung. Und ja, wir sehen uns dann auch zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.